Hallo und herzlich willkommen zu unserem zwölften Video der Parapsychologischen Untersuchungen, wo wir uns das Wojnich Manuskript vornehmen und wie ihr schon anhand der Folie seht, ist das eine praktische Untersuchung, die aber auf rein theoretischer Ebene, sprich hinterm Schreibtisch passiert. Viele der Parapsychologischen Arbeiten finden sowieso in der Recherche hinterm Schreibtisch, am PC, am Telefon, in Büchern etc. statt, aber gerade hier beim Wojnich Manuskript ist das rausfahren an den Ort wo es liegt, bei der J-Universität hier in dem Fall, nicht sinnvoll und daher habe ich die Analyse komplett natürlich hier vor Ort digital am Schreibtisch vorgenommen. Das ist auch schon 2013 passiert und die Videodokumentation sozusagen, die holen wir jetzt hier nach und für alle die sich fragen, was hat das mit Parapsychologie zu tun? Die Parapsychologie ist ein sehr sehr großes Umfeld, die meisten denken allerdings, wenn sie Parapsychologie hören, eher an Phänomenologie, wo man sich tatsächlich nur mit Geistern fasst. Tatsächlich aber ist die Parapsychologie im Sammelgriff für, ich sag mal, alles unerklärliche und übersinnliche. Die Kryptozoologie zählt rein, die Phänomenologie, aber auch sowas wie Präastronautik und Ufologie sind alles Teilgebiete der Parapsychologie. Es ist kein gesicherter Begriff, deswegen gibt es Leute, die das anders deuten und es gibt auch keine offizielle, gültige Definition. Aber das Wojnich Manuskript ist so auffallend bisher ungelöst und weist einige Anomalien auf, dass es halt unter anderem auch im Bereich der Parapsychologie fällt. Und genau das stellen wir heute vor. Wir gehen dabei wie folgt vor. Erst einmal erkläre ich euch den theoretischen Untergrund. Was ist das für ein Skript? Was hat es mit dem auf sich? Wo kommt das her? Und dann machen wir den praktischen Teil. Und zwar stelle ich die eigenen Untersuchungsergebnisse von uns vor, bzw. damals von mir 2013 habe ich das alleine analysiert. Und in zwei Schritten die Optieanalyse und der Versuch der Dekodierung oder Dechiffrierung, denn das ist in einer Geheimschrift geschrieben. Ich stelle euch vor, was dabei rausgekommen ist. Ehe wir uns in Punkt 3 das Manuskript selbst nochmal komplett anschauen, dass ihr euch selbst von dem Ding ein Bild machen könnt. Das ist komplett digitalisiert. Ich werde natürlich nicht auf jede einzelne Seite einzeln eingehen, sondern großteils überfliegen, weil sonst wird es auch viel zu lang. Das hat über 200 Seiten das Ding. Aber bei exponentiellen Stellen können wir da gerne mal stehen bleiben. Und ja, den Link zum Originalskript, also zur digitalen Variante des Originalskripts, packe ich euch auch gerne in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr da selber mal reingucken, wenn ihr Interesse habt. So und der zweite praktische Teil ist unter vierens die externen Forschungsergebnisse und Thesen, den ich jetzt quasi von 2013 jetzt nachhole. Sprich, ich bringe mein eigenes Wissen auch auf den neuesten Stand, bzw. habe ich natürlich in der Stelle der Präsentation schon gemacht und analysiere, was seit 2013 dann auch passiert ist und versuche das wissenschaftlich einzustufen und zu bewerten und zu schauen, was von den Sachen, die da publiziert wurden, haltbar ist und was nicht. Und wie immer seid ihr gerne dazu aufgefordert, euch selbst eine Meinung zu bilden und gerne in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr über das Manuskript denkt und ob ihr vielleicht eigene Thesen habt, die ihr gerne einfach mal mitteilen wollt. Denn zusammen kann man immer über alles auch nachgrübeln und vielleicht hat der eine oder andere eine zündende Idee, die bisher noch kein aufgefallen ist. Fangen wir bei den Grundlagen natürlich an. Das Manuskript ist nach Wilfried Michael Wojnisch an, der das 1912 in einem Jesuitenkloster gekauft hat und es ist jetzt im Besitz der Yale-Universität, nachdem er gestorben war, hat es seine Frau bekommen und die hat es der Universität vermacht, die hat es dann digitalisiert und online gestellt, damit jeder daran forschen kann. Es enthält 246 Seiten, wobei es immer darauf ankommt, wie man zählt, weil viele der Seiten sind ausklappbar und damit ist die Nummerierung auch ein bisschen schwer gewesen. Werdet ihr sehen, da gibt es dann noch entsprechende Kürzel. Im Skript selbst sind die fortlaufend nummeriert, seht ihr ja auf der abgebildeten Seite oben rechts. Aber wenn man so zählt, dass es 246 Seiten sind, dann sind von denen 225 mit kuriosen Darstellungen und einer unbekannten Sprache verfasst. Die Sprache ist dann auch höchstwahrscheinlich chiffriert worden und daher unlesbar, denn die Sprache, die man da hat, ist bisher unbekannt. Die Radiocarbon-Methode datiert erst auf die Jahre 1404 bis 1438 und für alle, die die Radiocarbon-Methode kritisieren. Den sei gesagt, ihr habt prinzipiell nicht Unrecht. Für aktuelle Sachen ist es wegen der hohen CO2-Belastung bedenklich, das anzuwenden. Allerdings wurde die Sache hier halt schon mit Radiocarbon bestimmt, wo es noch keine hohe CO2-Emissionen in dem Sinne gab. Von daher kann das Jahr oder dieser Jahresbereich als gesichert gelten. Angeblich ist es von Jacobi Atebenes, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, unterzeichnet. Das war ein Hochpharmazeut und der hat circa 200 Jahre später gelebt. Man sagt, im Jahr 1608 ist er dann zum Hochpharmazeut geworden und folglich muss er später erhalten haben. Ich habe die betreffende Stelle hier mal so gut es geht vergrößert und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, es sieht fast eher wie durchgepauscht aus, tatsächlich ein paar Buchstaben. Das T lässt sich in der Mitte oben des Dokuments noch relativ gut erkennen und dann könnte man das Penz danach vermuten. Aber wie gesagt, das ist sehr schwer erkennbar, meines Erachtens. Eine der Zeichnungen zeigt eine Burg mit Schwalbenschwanz hin und eine ORF-Sendung schlussfolgerte daraus, dass das Manuskript in Obertheilen wahrscheinlich entstanden ist, da es diese Zinnform zu dieser Zeit nur dort gab. Das würde thematisch passen, da zu der Zeit Obertheilen auch eine Hochburg der Wissenschaft, insbesondere der Kryptologie war, was also logisch wäre, dass man dort vielleicht Verschlüsselungsversuche unternommen hat. Verschiedene Experten versuchten seither das Manuskript zu entziffern mit mehr oder weniger Erfolg und dabei wurden verschiedenste Thesen über den Ort der Entstehung diskutiert, jedoch bisher noch nicht fundiert belegt und der Ursprung ist nach wie vor unklar. Auch wird über die Bedeutung gerätselt, da die Zeichnungen nicht akkurat erscheinen, das werdet ihr dann auch sehen. Das lässt manche Experten vermuten, dass es sich hierbei um ein Schwindel aus alter Zeit handelt, aber es gibt drei wichtige Gründe, warum man das direkt verneinen kann. Erstens sind die Materialkosten. Das ganze Manuskript ist aus Pergament und mit speziellen Tinten, teilweise mit Eisengalt hinten geschrieben und beides war damals selten und kostspielig und wäre für einen Fake einfach nicht sinngebend. Wenn ich etwas fake, dann lasse ich mir das nicht sehr viel Geld kosten. Es sei denn, ich erwarte einen Profit. Dann war der hoher Zeitaufwand. Es wurde ja früher alles händisch geschrieben und es ist sorgfältig geschrieben. Man wird, oder ihr werdet sehen, die Zeichnungen sind zuerst angefertigt worden und danach ist der Text zugefügt worden, der wirklich fließend umlaufen ist. Es ist nicht so wie in einer Zeitung, wo es Rubriken gibt und winklich abgeschnitten ist, sondern der Text ist umlaufend um die Zeichnung geschrieben. Und es hat wahrscheinlich Jahre gedauert, das gesamte Manuskript anzufertigen. Auch das spricht gegen einen Fake. Und der letzte Punkt ist das fehlende Motiv. Zur damaligen Zeit gab es wenige Menschen, die lesen konnten. Und es gab auch entsprechend nur eine kleine Zielgruppe, welche auch nicht das Interesse gehabt hätte, zeitaufwendige Dechiffrierung zu betreiben. Es muss also einen logischen Grund gegeben haben, warum sich jemand Zeit und Mühe gemacht hat, über 240 Seiten Papier hier zu beschriften, bzw. 225 richtig zu beschriften und Zeichnungen hinein zu zeichnen. Und dafür auch noch viel Geld ausgegeben hat, um die Materialien damals zu besorgen. Kümmern uns jetzt um die Provenienz, also um die Abfolge der Vorbesitzer und folgende gilt als wahrscheinlich. 1608 hat es höchstwahrscheinlich der böhmische Hochpharmazeut Jakobci Atebenicea gehabt. Auch jetzt weiß ich noch nicht, ob ich ihn richtig spreche. Zumindest 17. Jahrhunderts hat es dann der Kreis des Heiligen Römischen Reiches Rudolf II gehabt, der es wahrscheinlich von ihm abgekauft hatte. Der übergab das dann Mitte 17. Jahrhunderts seinen böhmischen Gelehrten und Alchemisten Georg Barisch, der sich das genau anschauen sollte. 1665 hat es dann der Chemiker und Pharmazeut Johannes Marcus Marci gehabt. Und 1666 könnte es an den jesuitischen Universalgelehrten Antanasius Kirschner übergegangen sein, was chronistisch sinnvoll wäre, wenn wir das weiter schauen. Die Sache ist noch die, es gibt Briefe von Marci an Kirscher, in denen er den Kopien schickt und darum bittet, dass er sich der Sache mal annehmen könnte. Aber Kirscher hat wohl nie geantwortet und Marci hat ihn einmal das Original schicken wollen. Nur ob das dann tatsächlich passiert ist, weiß keiner. Es würde aber, wie gesagt, chronistisch ganz gut passen. Ja, von 1666 bis 1864 mindestens, ist es schwer zu sagen, ist unbekannt, was passiert war. Wenn es bei Kirschner gelandet war, war es wahrscheinlich im Rahmen seines Nachlasses dann in der Bibliothek des Collegium Romanum, also heute die Päpstische Universität Gregoriana, auch bewahrt worden. Bis es bei von Victor Emmanuel II zur Annektierung der Kirche kam und damit kirchliches Eigentum entmachtet werden sollte und die Kirche sagt, okay, dann versuchen wir am besten die Sachen in Privatbesitz zu übertragen, haben, denn der ist geschützt und haben es höchstwahrscheinlich den Ortsgeneral Pierre Jean Bex gegeben. Es muss dann auch relativ zeitnah gewesen sein, dass er das Jesuiten Collegium Montragone in der Villa Montragone bei Fassati übergeben hat. Ja, 1912 kam dann der Herr Wojnisch und kaufte es von denen auf und seine Frau übergab es nach seinem Tod an der Yale Universität, wo es heute noch lagert. Das ist die Geschichte des Skriptes von soweit es geht bis heute. Aber ihr seht, die ersten 200 Jahre ungefähr sind auch noch ungeklärt. Damit kommen wir zum Bereich der praktischen Untersuchungen, die ich damals 2013 vorgenommen habe. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, habe ich das in zwei Teilen gemacht. Erstmal eine optische Analyse. Ich habe in den Text eingeschaut, die Bildeinfügungen, das Format und die Bilder selbst und geschaut, ob es da irgendwelche besondere Merkmale gibt, irgendwelche Auffälligkeiten. Und später habe ich mich an die Deschiffrierung, das heißt Encodierung, versucht. Und hier hatte ich exponierte Zeichen ausgewählt, die in einer besonderen Häufung vorkommen. Und mit kurzen Worten aus dem Frühneuhochdeutschen mittels einer Blutforce-Attack verglichen. Für das Frühneuhochdeutsch hatte ich mich entschieden, weil damals die These war, es könnte eventuell tatsächlich in Deutschland entstanden sein. Und das Frühneuhochdeutsch war in den Jahren 1350 bis 1650, also in der Zeit der Entstehung dieses Werkes Publik, wobei es natürlich da innerhalb der Jahre auch immer Wortwandlungen gab. Zur optischen Analyse. Was konnte ich feststellen? Nun ja, das Werk weist Alterungs- und Gebrauchssprung auf, was nicht besonders verwunderlich ist. Die verwendete Schrift ist auf allen Seiten bis auf die letzte identisch. Die weicht ab und daher wäre es logisch zu sagen, dass das der Schlüssel für eine Deschiffrierung wäre. Quasi der Quellcode, wenn wir so wollen. Die Bilder müssen zuerst angefertigt worden sein, da die Schrift einen genauen Umlauf hat. Und manche Bilder sind auskaderbar auf mehreren Seiten. Es gibt Darstellungen von nackten Frauen, jedoch keinen einzigen Mann im gesamten Skript, ist also auf die Frau fokussiert. Und die Bilder zeigen verschiedene Themenkomplexe, welche das Manuskript in folgende sechs Teile in folgender Reihenfolge gliedern lassen. Wir fangen mit einem Botanikteil an. Da sehen wir halt Pflanzen, die ich jedoch nicht bestimmen konnte, trotz biologischer Ausbildung, vor allem Fokus auf Botanik. Es gab viele Sachen, die irgendwie ähnlich sahen, aber auch wo viele wichtige Merkmale fehlten, sodass man sie eigentlich vielen anderen Pflanzen hätte auch zuordnen können. Dann kam der erste astronomisch-kosmologische Teil. Man kann hier Himmelsobjekte, Sternbilder, Sternenzeichen erkennen, das heißt Tierkreiszeichen, aber auch nicht genauer bestimmen. Dann etwas, was ich als Ritualsektion bezeichne, die wird in der Literatur in der Regel immer als Badesektion oder Bädersektion bezeichnet, weil es halt nackte Frauen in Bädern sind. Das Problem ist nur, das sind sehr seltsame Apparaturen und für mich hat das eher rituellen Charakter. Deswegen habe ich es als Ritualabteilung bezeichnet. Danach kommt noch mal eine ganz kurze astronomische Sektion. Das sind geometrische Figuren, die wahrscheinlich mit dem Himmel zu tun haben. An sich, das ist der Teil, der unlogisch ist. Den hätte man eigentlich die andere Sektion packen können. Und es sieht aber auch nicht ganz so aus, wie die. Es ist schwer zu beschreiben, was das ist. Also am besten ihr schaut euch das dann gleich selber an. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, wie man es nennen kann. Dann kam ein pharmazeutischer Bereich. Das sind eindeutig zu erkennen Pflanzenteile mit ausführlichen Beschriftungen und Gefäßen. Man kann gut erkennen, dass man hier versucht hat, quasi darzustellen, dass die Pflanzen vielleicht verarbeitet werden sollen. Und als letztes kommen Anleitungen, Rezepte. Das ist mit Stichpunkten gemacht und die sind in Sternform gewählt. Da gibt es keine Bilder mehr, aber halt sehr viel Text und die Stichpunkte wirken halt wie eine Anweisungsreihenform. Es kann also durchaus ein Rezept sein zur Herstellung von etwas, aber auch wenn wir es jetzt auf die Rituale beziehen, vielleicht Stichpunkte wie das Ritual, in welcher Reihenfolge durchzuführen, das sind die einzelnen Schritte. Wie schon gesagt, kann keine der abgebildeten Pflanzen bestimmt werden. Es gibt Ähnlichkeiten, aber die spezifischen Unterschiede sind einfach zu groß, um sie als Flüchtigkeitsfehler abzutun. Vom Aufbau Pflanzen zur Astrologie, zu Ritualen, wieder zu Astrologie, dann zur Pharmazie und dann Anleitung Rezepte. Scheint das Manuskript im Hinblick auf Fokus auf nackte Frauen ein Werk über Fertilität, also über Fruchtbarkeit zu sein, denn Männer spielen da eher eine geringe Rolle. In der Regel ist es halt biologisch immer so in der Evolutionsbiologie, dass die Frau in dem Punkt Vordergrund steht, was im Ersten Sinn ergibt, weil ein Mann kann theoretisch tausend Frauen befruchten, aber tausend Männer eine Frau ergibt trotzdem nur eine Person, die Nachkommen zeugen kann, während bei der Fokus auf die Frau tausend Nachkommen gezeugt werden. Männer sind biologisch gesehen ja sowieso nur ein Relikt. Von daher ist das in dem Punkt relativ logisch. Und man muss noch sagen, dass die Pflanzen in diesem Kontext dann eventuell vielleicht fertilitätsfördernd und die astrologischen Symbol eventuell Konstellationen darstellen sollen, bei denen eine Empfängnis begünstigt ist. So was hat man früher tatsächlich dann angenommen. Problem ist diese Bädersektion. Denn diese Bäder, in denen die Frauen sind, wirken extrem maschinell und bei der Frage nach, wie hängt Fertilität mit Maschinen und Anweisungen und Anleitungen zusammen, drehen sich leider die Schlussfolge auf, dass sich hierbei eine Anleitung zur gezielten Zucht handelt. In diesem Kontext sind die Fakten der einmaligen Schrift und der inakkuraten Darstellung der Pflanzen weiter beunruhigend und lassen streng genommen zwei Thesen zu. Erstens ist eine Geheimschrift über verbotene Rituale. Dann hat der Autor nämlich bewusst eine Geheimschrift erdacht, die nur der spezielle Empfänger dechiffrieren konnte, da es sich um verbotenes Wissen handelte. Die These wird allerdings voraussetzen, dass der Autor botanisch schlecht bewandert war und Pflanzen ohne deren wirkliches Kenntnis abgebildet hat, vielleicht so, wie es aus Erzählungen gehört hat. Wenn man sich so einige Pflanzen anschaut und auch von anderen Experten betrachtet, was die dachten, was das für Pflanzen sind, wäre das nur dann wirklich sinnvoll, wenn man das unterstellt. Die zweite Möglichkeit wäre ein Alien-Artefakt. Da die Schrift einmalig ist und die Pflanzen keinen Bekannten gleichen, könnte es sich um ein außerirdisches Artefakt handeln, welches sich mit der Zucht von Menschen befasst. Ich muss aber gleich vorweg sagen, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, denn die Texte ähneln vom Aufbau europäischen Schriften dieser Zeit und die Materialien zu der Zeit auf der Erde waren zwar teuer, aber halt dennoch geläufig. Es wäre anzunehmen, dass ein Alien eigene Artefakte und eine Sprache hat, die sich nicht an unsere Sprachregeln hält. Insgesamt kann man sagen, dass beide Thesen rückblickend deduktig zwar logisch sind, aber im Kontext relativ unwahrscheinlich der tatsächliche Inhalt wahrscheinlich erst nach erfolgreicher Dechiffrierung deutbar ist. Das Problem ist halt nur, diese Bädersektion, wie gesagt, die springt hier ein bisschen aus dem Rahmen. Ansonsten würde ich sagen, ist es ein medizinisches Lehrbuch. Gut, dann kommen wir zum Teil der Enkodierung, beziehungsweise Dechiffrierung. Die Wörter und deren Verteilungshäufigkeit folgen dem sogenannten Zipfchen-Gesetz. Das heißt, die Häufigkeit von langen Worten nimmt exponentiell ab und das wiederum bedeutet, es muss sich um eine echte Sprache handeln, weil dieses Zipfsche Gesetz bei allen natürlichen Sprachen und echten Sprachen auftritt. Man sieht es hier mal in der Buchstabenhäufigkeit im deutschen Text dargestellt. Rot ist die relative Häufigkeit und ja, blau, äh blau, doch genau, und blau ist halt die berechnete Häufigkeit von Zipf und da sieht man, dass das halt korreliert. Der Rang unten ist nicht die Wortlänge, sondern der Informationsgehalt. Das ist eine relativ komplexe Rechnung, deswegen das nur mal dahingestellt. Das beachtet halt nicht nur Wortlänge, sondern auch Häufigkeit der Buchstaben und deren Verteilung. Weiter kann man feststellen, dass es Prä- und Suffixe gibt, die häufig wiederkehren und in der Regel zwei bis drei Zeichen lang sind, was ebenfalls den europäischen realen Sprachen gleicht und selbst in das moderne Deutsch nehmen. Suffixe wie zum Beispiel um, wie von Bildung oder Verzweiflung, das sind drei Buchstaben, kommen häufig vor, oder Präfix wie Ver, wie Verwunderung, Verwundung, Verwirrung. Das sind alles Dinge, die wiederkehren oder zweizipfisch wie Un, Unterricht, Unbeständigkeit, Unvermögen und so weiter. Das sind halt Häufungen, die hier auftreten und passen. Da das Voynich-Alphabet 20 bis 30 Zeichen umfasst, je nachdem wie man es deutet, ist es immerhin mit der Hand geschrieben und damit gibt es da ein paar Abweichungen und die Zeit des Frühneuhochdeutschen, also Jahre 1350 bis 1650 fällt, welches auch über eine passende Anzahl Buchstaben verfügt, ist die Zeichen. Die Cäsar-Verschlutzung war die erste, da hat man einfach das erste Zeichen durch das ersetzt, was drei weiter war. Also das erste Wort zum vierten, das zweite zum fünften, das dritte zum sechsten oder auf Hochdeutsch gesprochen, in dem Fall wäre A zu D, B zu E, C zu F und so weiter. Und hier kann es sein, dass man halt ein Symbol verwendet hat, statt ein Buchstaben. Es bietet sich logischerweise dann an, Wörter aus zwei Buchstaben zu wählen und alle Kombinationen zu probieren und diese in größere Wörter einzufügen, da diese dann einheitlich zuordnenbar sein müssten. Das ist eine BruteForce-Attack und die zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. So, jetzt nicht von der Datenmenge verunsichern lassen, es ist halt leider viel. Das hier sind jetzt Wörter, die ich rausgeschrieben habe, aus dem, nehmen wir es mal, Duden, also dem Wörterbuch für das Frühjahrhochdeutsche. Ich habe bis zu fünf Buchstaben mir alles rausgesucht und das sind alle Wörter, die es gibt. Ich habe komplett jedes Wort mir hier rausgeholt. Ihr seht, passend zum Gesetz, zwei Silben sind selten, drei sind auch, vier und fünf sind dann häufiger und zum großen wurden wir jetzt wieder weniger. Ich scroll jetzt einfach mal durch. Zack. Also, zum Beispiel mit fünf Buchstaben gibt es doch 1.368, die erste Zeile ist in der Kopfzeile, Wörter. Oh, so nur eins weniger. So, das ist meine Analysebasis, das ist früher noch auf Deutsch. Das ist jetzt die Blutforce-Attack. Alles, was jetzt hier rot ist, ich mache mal kurz groß, damit ich mal einen Überblick haben. Alles, was rot ist, sind Kombinationen, die nicht funktioniert haben. Ihr seht also, das funktioniert keine. Und ich versuche euch jetzt das Prinzip noch mal zu erklären, wie ich vorgegangen bin. Ihr seht, ich habe hier zwei Wojnisch-Zeichen genommen. Die 8 und die 9, die werden tatsächlich auch so im Wojnisch-Alphabet verwendet. Achtung, das Wojnisch-Alphabet ist keine Übersetzungshilfe. Das ist nur ein, wie sage ich das am besten, ist eine Schriftart, wo die Wojnisch-Buchstaben dann entsprechend zugeordnet sind. Und es gibt halt Zeichen, die sehen aus wie ein 8 und 9. Deswegen kann man die dann so lassen und werden von der Wojnisch-Alphabet auch so verwendet. So, ihr seht zum Beispiel, ich habe angefangen vom frühen Hochdeutschen das erste Wort, was es gibt. A, B. Also ab. Die nächste Konvention wäre A, L. Und das zieht sich dann halt nach hinten, bis man alle Kombinationen davon durchhaben. Das heißt, ich habe gesagt, Bojnisch-Zeichen 8. Testisch ist es ein A und 9 ist ein B. Im ersten Schritt. Dann später halt dann die andere Kombination. Zum Beispiel dann D und A oder was haben wir hinten? M und E. Und habe behauptet, okay, das ist erstmal A und B. Dann habe ich mir andere Zeichen genommen, hier seht ihr sie, die, also Worte genommen, Entschuldigung, Bojnisch-Worte genommen, die aus zwei Zeichen bestehen, aber nicht dieselben Zeichen besitzen, nicht komplett zumindest. Und habe auch hier versucht, mit zwei Buchstaben zuzuordnen, was es denn eventuell sein könnte. Und nach der Zuordnung war es relativ logisch zu sagen, okay, jetzt wähle ich mir ein Wort, wollte ich Wort mit drei Buchstaben, wo die Zeichen drin hervorkommen. Also hier 8 zum Beispiel, die 9 oder die 0, das ist die 0 hier. Und dann das W, das war mir unbekannt. Ich habe versucht, das zu ersetzen. Geschaut, welche Worte gibt es in Neuhochdeutschen, wenn denn das 8 eine A ist und die 0 zum Beispiel das H ist, haben wir hier die Kombination A, 0. Gibt es da überhaupt Worte? Nein, es gibt keinen frühen Hochdeutschschutz, was A, H, irgendwas lautet. Das habe ich dann für alle möglichen Kombinationen durchgetestet. Dasselbe hier nochmal mit drei Zeichen, wo ich auch wieder zwei habe, die mir bekannt sind und ein unbekannt ist und habe das quasi dann rückwärts gemacht. Hier dann nochmal und dann hatte ich quasi Verdächtige gehabt, weil hier habe ich das Zeichen und die 0 und die 8. Das heißt, aus diesen Sachen müsste ich mir jedes Wort hier zusammen basteln können. Gut. Und dann habe ich mir, das habe ich dann mir gekniffen hier, das war zu viel, aber habe ich mir ein Wort genommen, ein Wojnisch-Wort, wo ich dann gesagt habe, okay, hier kommt die Zeichen, ich versucht habe zu bestimmen, alle drin vorher. Seht, 8, 0, nenne ich es mal L, 8, 9. Das heißt, mit den beiden hier müsste ich das Wort komplett entschlüsseln können. Und dann habe ich versucht, jede der Kombinationen, die ich da oben in klein habe, zu testen. Also wenn ich sage, das Wort bedeutet ab und das bedeutet, was das ist, OR, dann müsste ich ja versuchen, okay, das ist ein A, das hier ist ein U, das L entspricht dann ein R, die 8 ist wieder ein A und die 9 wäre dann B. Und habe versucht dann halt zu schauen, gibt es ein Frühneuhochdeutsches Wort, was fünf Buchstaben hat und diese Kombination erlaubt. Und tatsächlich habe ich nichts gefunden. Ihr seht, es ist alles rot. Es gibt keine Kombination, die richtig ist. Das bedeutet, es gibt keine Kombination an kurzen Wörtern, die sich in großen Wörtern wiederfindet. Das heißt, entweder ist es kein Frühneuhochdeutsch oder es wurde eine Schiffrierung verwendet, die keine Alphabetsubstitution zulässt. Ansonsten hätte ich nämlich die Kombination gefunden. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Das ist von dem ganzen Aufwand, den ich hatte, das Ergebnis, was auf jeden Fall gesichert ist. Das heißt, es ist entweder Frühneuhochdeutsch und nicht Alphabetsubstitution oder es ist Alphabetsubstitution, aber kein Frühneuhochdeutsch oder es ist beides nicht. Also weder Frühneuhochdeutsch noch Alphabetsubstitution. Das ist das Ergebnis, das ich daraus rausschreiben kann. Jetzt schauen wir uns das Manuskript mal selber im Gesamten an. So, wir fangen vorne an mit dem Einband, das Cover. Nichts Besonderes. Kommt zur ersten Seite. Ihr seht, es beginnt diese botanische Sektion mit der Darstellung von Pflanzen. Was aber auch schon ungewünscht ist, dass sie zwei verschiedenfarbige Blätter haben. Ihr seht, der Text, was ich schon beschrieben habe, ist umlaufend. Und die Grundsachen sind da. Wurzeln, Sprossachse, Blätter, oben auch eine Blüte. Aber man kann keine Pflanzen wirklich erkennen. Dann hier geht es weiter. Zweite Seite. Nochmal vergrößert die Unterschrift. Die sollte halt in dem unteren Bereich zu erkennen sein. Ihr seht, das ist eine Ausschnittsvergrößerung. Auf dem Original in der Größe sonst nicht zu erkennen. Ja, und jetzt geht es halt die ganze Zeit weiter mit Pflanzen. Ihr seht, immer schön versucht mit diesem umfließenden Text und außergewöhnlichen Merkmalen. Hier zum Beispiel, es könnte theoretisch immer sagen, eine Seerose sein oder ein Lotus. Das Problem, die Blüte passt nicht. Es ist eindeutig Seerose und Lotus und beides Rosengewächse. Also Rosazehen. Und die Blüte da oben, die ist keine Rosazehe. Passt schon wieder nicht. Auch hier scheint eine Art Fun zu sein. Allerdings wächst mit einer Wurzel raus. Schwer zu sagen. Vielleicht ist das eine Art Glockenblumen, was aber nicht passt mit der Punktierung. Sieht es eher aus wie ein Korbblütengewächs. Was aber dann von der Gesamtform nicht passt. Die Blätter sind außerdem sehr ungewöhnlich und folgen keiner logischen Formel. Die Wurzel ist keine echte, sondern Rhizome. Also eine Verlängerung der Sprossachse. Wie gesagt, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Ich scroll da jetzt einfach mal durch. Jetzt bei jedem Einzelnen was zu sagen, ist vielleicht nicht sehr sinnvoll. Wenn jemand eine Idee hat, was hier eine Pflanze sein könnte, kann man drüber schauen. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Klette. Auch wenn die Blätter dann wieder nicht passen, weil die Blätter sehen eher aus wie von Marihuana. So, es geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Das ist eine der größten Sektionen im Buch. Ich glaube sogar die größte. Bin ich jetzt gerade im Kopf nicht sicher. Ich glaube, sie sind fast 80 Seiten. Können dazu wirklich die größte sein. Es gibt noch eine Pflanze, die sehr auffällig ist, wenn wir zu der ankommen. Hier seht ihr jetzt wieder diese Blätter, mit der seltsamen Formel wir sie gerade hatten. Und das passt halt alles nicht zum normalen Pflanzen. Also entweder hat hier jemand botanisch absolut keine Ahnung gehabt und aus dem Kopf gezeichnet, was er vielleicht mal gehört hat. Oh, der war einfach massiv untalentiert. Aber ich glaube eher letzteres. Ja, auch hier sieht man, sieht auch komisch aus. Das ist ein Rizum mit Wurzeln, würde ich mal schätzen. Oder hier, das Grüne sollen wahrscheinlich Blätter sein. Solche Blätter habe ich auch noch nirgends gesehen. Vor allem interessant ist halt auch, dass die oben rechts, die Ziffern, dass die in der bekannten Sprache sind. Also das sind die arabische Ziffern. Ja, und wie ihr seht, der Text, der ist eindeutig natürlich auch handgeschrieben. Das soll so anders sein und hat sehr viele wiederkehrende Sachen. Dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Pi mit Bogen obendran, meinetwegen. Das ist auch ein bisschen, wie das nordische V aussieht. Kommt relativ häufig vor. So, jetzt ist die Frage, es kann ja nicht gar nicht mehr so weit sein. Ja doch, es ist noch ein Stückchen. Wo ist denn die besagte Pflänzilein? Wie gesagt, es ist sehr schwer, gerade wenn man Biologe ist, bei inakkuraten Darstellungen nach was Akkuraten zu suchen. Interessant ist hier auch, wenn ihr mal oben schaut bei der Schrift, das langgezogene, wie, ja, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Man sieht es halt in jeder der drei Absätze in der ersten Buchstabe, sieht aus wie ein P mit, das geschwungen ist, aber im ersten zieht es in die Länge. Ja, und hier kann man noch relativ gut eine echte Pflanzenform erkennen. Das sieht wirklich aus wie ein großes Blatt und etwas, was auch ein Kleeblatt sein fast könnte. Ja, wie gesagt, sehr, sehr ungewöhnliche Pflanzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon dran vorbei bin. Ne, ich glaube, die ist es genau. Wenn ich mich nicht täusche, sollte das die Pflanze sein, die einer der Forscher, was wir uns dann später anschauen, als Sonnenblume bezeichnet hat. Passt an sich überhaupt nicht. Der äußere Rand, okay, mag mich an eine Sonnenblume erinnern, aber vielleicht auch die Kerne in der Mitte, aber wenn man sich mal die Blätter und so anschaut, das Verhältnis der Länge der Sprossachse. Das passt überhaupt nicht. Oder, das könnte auch sein, dass das die Sonnenblume sein sollte. Die passt von dem Kopf halt wieder her besser. Die Blätter passen immer noch nicht. Das sieht ja aus wie Ton, also wie eine Mariendistel, würde ich mal eher sagen, wenn ich es einstufen müsste. Die Wurzel oder das Rättsom, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, was es ist, mit solchen vier, also bewusst eckig gezeichnet, ist auch komisch. Eine Blume, die so viele Einzelblüten, aber eine große Gesamtblüte dann noch hat, ist mir auch nicht bekannt. Aber darauf wollte ich hinaus, das sollte in dem Skript hier jemand eindeutig jemand eine Sonnenblume entziffert haben. Und für mich auffällig, als einzige Pflanze ist die hier, allerdings auch nur, wenn man unglaublich viel Ahnung von Biologie hat. Es gibt in dem Regenwald eine Pflanze, die, glaube ich, zu den Pfannen zählt. Und die wächst tatsächlich so. Da hat man es vor eine lange Zeit gedacht, die Blätter wachsen auf einer Seite, das ist untypisch, wenn eine Pflanze die mehrere blättert, die wachsen immer auf Alternanz. Also das heißt, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und wenn es in vier Richtungen ist, Norden, Osten, Süden, Westen, Norden, Osten, Süden, West, immer der Reihenfolge, das ist ein Gesetz. Man hat später festgestellt, ja, das ist bei der Pflanze ja auch so, aber das Blatt dreht sich, oder die versetzten Blätter drehen sich alle in dieselbe Richtung hinterher. Das ist die einzige Pflanze, die ich wirklich außergewöhnlich finde, da sie eventuell passen könnte. Mal davon abgesehen, dass, ja, die Blätter unten nicht passen, aber unten sieht es aus, als wenn es aus einer Art, ja, nennen wir es mal auf Holzenverwurzelung wächst, das würde auch einigermaßen passen. Ich weiß leider allerdings nicht, wie die Pflanze, ich hatte die einmal in der Vorlesung ganz kurz gehabt und später irgendwann in der Doku gesehen, aber den Namen habe ich mir nicht gemerkt. So, damit schließen wir hier die botanische Sektion ab und kommen jetzt zum Bereich der Astronomie. Man sieht hier vier Frauen dargestellt in vier verschiedenen Richtungen. Das gibt es in vielen alten Religionen auch. Meistens ist die Sonne mit ihren vier Richtungen, es kann aber auch der Wind mit vier Richtungen sein. Die Kreise drumherum erinnern mich so ein bisschen an den Maya-Kalender. Dann gibt es Texte, auch hier fangen schon die Sterne an. Allerdings wirken die Sterne anders, ein bisschen deplatziert und nicht wie Aufzählungszeichen. Interessant ist aber, oben seht ihr, dass der erste Absatz, die ersten drei Zeilen, ja, mit einem Absatz drin sind, eingerückt sind. So, die Astronomische Sektion geht weiter, überall da, wo ein Stern drauf ist, man findet auf jeder Seite eigentlich so ein bisschen was. Ist relativ kurz gewesen anscheinend. Ja, jetzt kommt hier so diese Mischungen, noch ein paar Pflanzen, dann hier etwas, was wie eine Anleitung aussieht, meines Erachtens. Und das unten links finde ich komisch. Das sieht aus wie so ein Schelmstreich, wie ein Student, der da so eine Nebenzeichnung gemacht hat. Das würde mich voll interessieren, was das wohl bedeutet. Also da liegt meines Erachtens eine nackte Frau, daneben Gegenstände. Und oben, ich bin mir nicht sicher, was das ist. Man sieht halt, abgesetzt, ein Wort, dein Zeichen und dein Text. So als wenn man gesagt hätte, Absatz 1, Zeile 1 und so weiter. Das würde mich mal ganz doll interessieren, was das ist. Finde ich ja mega spannend, sowas. So, das ist wieder wahrscheinlich das Britannische. Hier kommen wir wieder zu den astrologischen Sachen. Was aber eventuell schon der zweite Bereich ist. Ne, das zählt auch zum ersten, muss ich kurz gucken. Ja, hier vermutet man die Darstellung der Sonne mit den Richtungen, die es eventuell gibt. Ihr seht, es gibt hier mal Paare, Stern plus Name. Stern plus Name und insgesamt hat, ja, die Sonne nenne ich es mal, zwölf Abstriche. Das könnten also die Tierkreiszeichen entsprechend sein. Hier ist nochmal eine Darstellung, ein bisschen deutlicher. Allerdings, wenn man hier mal schaut, kann man erkennen, dass das Prinzip eigentlich dasselbe ist. Runterum Kreistext und dann halt verschiedene Richtungen, eventuell auch wieder Tierkreiszeichen. Und das ist alles immer sehr ähnlich hier. Also wenn ihr schaut, das ist nochmal sowas. Das linke Bild ist ganz seltsam, wie das reinpasst, weiß ich jetzt nicht. Hier ist, was ich auch sagte, zum Ausklappen. Und schwer zu sagen, was das wirklich darstellt. Es können keine Sternenkonstellationen sein, aber es könnte vielleicht der Versuch sein, Sterne zu benennen. Ja, hier dann weitere Darstellungen, die kosmologisch sind, sind überall immer Sterne. Das links könnte die Darstellung einer Spiralgalaxie sein, was für das Jahr natürlich dann beeindruckend wäre. Aber der Rest, schwer zu deuten. Ja, auch hier noch einmal. Ich kann zu denen eigentlich nicht viel sagen, außer dass ich sie beeindruckend und verwirrend zugleich finde. Es sieht immer aus wie eine Mischung zwischen irgendwelchen Sternen und Blumen. Aber es wurde sich sehr viel Mühe gegeben, wie man sieht. Hier sieht es aus wie ritueller Ablauf, nenne ich es auch schon mal. Der irgendwie mit den Sternzeichen eventuell in Verbindung steht. Also hier sieht es wirklich aus wie, ich weiß nicht, wie man badet. Dann ändert sich das immer leicht ein bisschen. Vielleicht auch mit Jahreszeiten im Zusammenhang. Ja, geht hier mehr oder weniger so weiter. Ja, die Sektion ist leider sehr klein. Ich versuche es euch noch kurz größer zu machen. So, ein bisschen größer haben wir es jetzt schon. Es sieht halt aus wie ein Zentrum, ein Tier. Drumherum halt auch wieder Bewegungen. Vielleicht sind es auch irgendwie einzelne Tierkreiszeichen im Vergleich zu Jahreszeiten. So, jetzt nochmal die andere ausgeklappte Seite. Ja, scheint halt adäquat zu sein. Also es sind, wie gesagt, sehr ähnlich. Die Tatsache, dass sie ausklappbar sind, heißt auch, dass der Autor meinte, dass die irgendwie zusammengehören. Ja, wie gesagt, weiter, weiter, weiter. Hier sieht es wieder sehr rituell aus. Nackte Frauen im Kreis. Vielleicht ist es auch so etwas wie Menstruationszyklus, Schwangerschaftszyklus. Der Mitte ist die Waage. Also vielleicht ist das wirklich auch wieder eines der Tierkreiszeichen. Können natürlich dann hier Witter sein. Anscheinend sind das doch in die Zwölfzeichen. Jetzt noch mal nachhinein betrachtet. Capricornus vielleicht, der Schütze. Ach, Sagittarius, meine Entschuldigung. Ja, und jetzt kommt diese Beta-Sektion, die ich eher Ritual-Sektion nenne. Und die mir ein bisschen unbehagenbreitet, ich verstehe sie nicht. Muss ich euch ehrlich sagen. Mal von dem Text abgesehen. Wenn wir mal behaupten, das Grüne sei Wasser. Gut, dann sind das vielleicht erst mal nur Frauen, die irgendwie planschen. In einer seltsamen Form. Gut, das oben mag der Wasserzulauf sein. Und dann sind hier Frauen abgebildet, anscheinend mit Namen drüber. Also diese Beta-Sektion ist nicht verständlich für mich. Und hier haben wir wieder so etwas, was ich als Aufzählung sehe. So A, B, C, D, E. Wirklich wie, als wenn man ein Ritual beschreibt, meines Erachtens. Hier dann auch noch, meines Erachtens, Bildaufstellungen, wie was zu tun ist. Also mich würde manchmal voll interessieren, dass ihr davon haltet, die Prozess, die jetzt geht es auch los mit diesem mechanischen Bereich. Die Frauen kommen aus Rohren raus und sind mit Rohren verbunden. Also ich werde aus den Bildern nicht so ganz schlau. Und irgendwie sind sie für mich bedächtig. Es sieht echt so aus, als wenn hier Fruchtbarkeitsreden in einer seltsamen Form beschrieben sind. Also hier auch, das sind meines Erachtens Seile, mechanische Bestandteile. Dann die Frauen, die in der Krünflüssigkeit wieder nackt liegen. Hier geht es dann weiter mit solchen Sachen. Wie gesagt, die sind alle jetzt so fortlaufend. Interessant ist auch, man hat versucht halt, die Frauen in verschiedenen Posen darzustellen. Vor allem sind sie das immer nicht getrennt. Das heißt, der Bäder Sektion, aber für mich fehlt erstens das Gefäß. Und gut, man könnte jetzt sagen, das Gefäß ist hier der Text, weil man sieht hier, dass der Rand kommt. Einverstanden. Aber warum sind diese Bäder auch alle miteinander verbunden? Vielleicht ist es auch nur eine künstlerische Darstellung. Ja, hier unten, das könnten dann Regenbogen eventuell sein. Vielleicht hat man nur drei Farben gehabt. Mit der Tinte war ja da, um es nicht so viel zu machen. Obwohl, Rot hat man auch. Ja, auch das hier ist wieder ein sehr komisches Bild. Die Frauen kommen aus den Ruhren raus, haben dann mit Wasser gefülltes Gefäß, das in irgendwas Geflochtenen endet. Das hier wäre ich noch am ehesten dabei, dass das wie eine Badanstalt aussieht. Finde ich d'accord. Aber warum so viele Seiten über das Baden auch? Das ist komisch. Hier ist das Wasser dann mal wieder blau. Aber die grüne Tinte anscheinend alle. Ja, das war dieser Bäderbereich, oder Ritualbereich. Dann kommen wir wieder zu einem super kurzen Astronomie-Teil. Der meines Erachtens hier an der falschen Stelle steht. Aber ihr seht, das ist eigentlich durchaus vergleichbar mit den anderen. Das hier ist ein bisschen deplatziert. Macht mal Schrift von unten, links und rechts oben. Aber ein Zentrum scheint nichts Wichtiges zu sein. Ja, hier ist die Verbindung von... Man weiß nicht, was es ist. Ich weiß es auch nicht. Sind das vielleicht... Da oben ist die Sonne, in der Mitte sind die Bäder, unten ist noch eine Sonne. Drumherum vielleicht irgendwelche Bäder. Mit Kräutern, vielleicht sind sie auch Kräuterbäder. Ich habe echt keine Idee. Ihr seht, das ist toll gefaltet. Und damit kommen wir zum Pharmazie-Bereich. Das heißt, wir sehen jetzt gleich wieder viele Pflanzen. Die sich auch an dem Punkt unterscheiden, werdet ihr gleich sehen. Wenn es mal kommt, die entsprechenden Seiten hier zum Beispiel. Dass man auch daneben Gefäße hat. Sieht aus wie so... Ja, entweder Räucherwerk-Apparatoren. Könnten auch Mühen sein. Vielleicht auch sehr, sehr frühe Formen für... Eins, zwei, drei. Vielleicht auch frühe Formen von einer Art kleinen Destillierkolben. Ich vermute mal, hier wird beschrieben, welche Pflanzen, welche Teile man am besten nimmt. Man sieht ja hier, Wurzeln und Blätter sind getrennt abgebildet. Ich schätze mal, hier wird beschrieben, dass man die malen soll etc. Ja, das ist ja nochmal so eine Komplettansicht. Geht hier dann entsprechend so weiter. Verschiedene Gefäße mit verschiedenen Pflanzen. Ist jetzt nicht großartig andersartig. Wie gesagt, das könnte wirklich halt eine pharmazeutische Sektion sein. Hier wieder was, was wahrscheinlich eventuell auch als... ...Sonnenblume durchgehen könnte. Problem ist, ihr seht es halt, die Blätter könnten immer noch durchgehen lassen. Das Problem ist auch eine Sonnenblume als... ...ja, hat ja als AstraZee wirklich die Zungenblüten außen und in der Mitte die Röhrenblüten. Und hier haben wir einheitlich nur Körner. Man könnte natürlich vermuten, dass es eine verblühte Sonnenblume ist. Das würde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wiederum passen. Wenn die Zungenblüten weg sind und nur die Körner in der Mitte verbleiben, dann könnte die tatsächlich so aussehen. Okay, da gehe ich jetzt mittlerweile d'accord. Aber hier gehe ich nicht d'accord. Die Blätter sind einfach zu eigenartig. Ja, wie gesagt, jetzt kommen wir jetzt noch weiter. Pflanzenanbildungen mit Text. Die pharmazeutische Abteilung wirkt halt auch ähnlich der botanischen. Sieht aus, wenn die Pflanzen erstmal einzeln beschrieben werden. Hier geht es dann weiter. Und hier, das sieht meines Erachtens dann wirklich aus. Die Gefäße, meine ich links. Die haben solche Ritze also. Vielleicht ist das wirklich ein Ofen, das unten in Feuer gemacht wurde. Oben die Pflanzen, die wurden dann entweder verbrannt zum Rauch. Oder es wurde eine Tinktur gemacht und die wurde destilliert, damit die Konzentration stärker wurde. Wäre hier dasselbe. Wird auch ganz gut passend. Das sind hauptsächlich Wurzeln abgebildet. An sich sieht es ja schön aus. Na ja, da hat sich schon jemand Mühe gegeben. Hier auch. Ja, diese pharmazeutische Abteilung ist lang. Und jetzt sind wir in der letzten, wo ich sage, Anleitungen oder Rezepte. Und ihr seht jetzt auch, was ich vielleicht meinte. Links sind diese Sterne abgebildet. Wo ich sage, das sind meines Wegen Anzeichen. Also Anführungszeichen, Stichpunktzeichen, Beginn von irgendeinem Absatz oder so. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und sie haben verschiedene Farben. Es könnte durchaus sein, dass ein dunkler Stern so eine Art Hauptabsatz ist und ein heller Stern Unterabsatz. Also ich ja zum Beispiel jetzt hatte hier Punkt 2, unsere Untersuchung. Punkt 2, 1 wäre dann der weiße Stern sozusagen, die optische Untersuchung und 2, 2 die Dekodierung. Und dann wäre jetzt der dunkle Stern, Punkt 3 bei mir hier, das Skript. Eventuell ist das so gewesen. Viel zum Gucken gibt es jetzt hier nicht. Es ist dann halt immer wieder Text. Und ihr werdet mir, denke ich, zustimmen, wenn ich sage, das sieht aus wie eine Anleitung für ein Ritual. Oder wenn wir sagen, das Ding hat eher wirklich Medizin, ich meine, das ist wie ein Rezeptor. Hier sind die Sterne ein bisschen anders, wirken eher wie Blumen, weil ein Stängel dran ist. Vielleicht sind es auch eher Blumen gewesen. So ganz künstlerisch ist das Werk ja nicht. So, ist auch nicht mehr lang, ihr seht aber, die Anleitung ist relativ lang. Aber wir sind gleich durch. Besonderheiten, außer dass halt wirklich halt Benutzungssprungen zu sehen sind, gibt es nicht. Hier erkennt man auch nichts mehr. Das ist der Backfly U. Und dann kommt das Backcover. Und dann sind wir damit durch. Damit kommen wir zum letzten Punkt, die externen Forschungsergebnisse und Thesen. Ich muss euch warnen, das wird jetzt ein bisschen trocken, weil es eigentlich nur Text ist. Aber ich rate euch dran zu bleiben, das ist wirklich nämlich trotz allem spannend. Ich zeige euch jetzt mal, es sind glaube ich 21 der wichtigsten Forschungen, die gemacht wurden, chronologisch. Haben wir mal die Mühe gemacht, die zu sortieren. Und zu zeigen, oder wir analysieren die jetzt mal ad hoc, ob das sein kann oder nicht. Ich sage euch dazu, was ich mit meinem diesbezüglichen Fachwissen sagen kann. Und gerne könnt ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu abgeben, ob ihr denkt, ob ich mich da vielleicht irre, was falsch interpretiere oder ob ihr vielleicht eine komplett andere Idee habt. Wir fangen an mit Wilfried Wojnig, also dem Käufer 1915. Er hat sich jetzt nicht so an der Deschrifrierung versucht, er wusste, das wird nicht klappen, aber er suchte die Provenienz zu klären, also die Herkunft. Und vermutete als Autor Bacon, von dem aus das Manuskript an den Mathematiker und Mystiker John Dee gelangte und das Manuskript später an Ruth II. verkaufte, da John Dee eine Sammlung von Bacons Werken besaß und im Jahre 1580 am Hof von Ruth II. residierte und später an ein Jesuitenkloster gelangte, wo Wilfried Wojnig es erwarb. Aber wie wir ja gesehen haben, konnte das nicht alles so belegt werden. Teilweise stimmt es, aber teilweise auch nicht. Dann kam 1919 der Dozent der Philosophie der Universität von Pennsylvania, William Romain Newboldt. Und er stellte die These auf, dass eine Mikroschrift innerhalb der kleinen Unregelmäßigkeiten der einzelnen Schriftzeichen verborgen sei und behauptete, diese Entschlüssel zu haben, wobei es sich um altgriechische Kurzschriftzeichen handeln sollte. Kleiner Spoiler, dass das Manuskript entschlüsselt wurde, wurde ziemlich oft behauptet. Aus diesen leitete er ab, dass Bacon damals schon ein Mikroskop gehabt haben musste und ihm auch die Spiralstruktur des Andromeda-Nebels bekannt war. Diese Thesen konnten nie bestätigt werden und weitere Übersetzungen durch Newboldt folgten nicht und er starb im September 1926 ohne weitere Aufzeichnungen diesbezüglich hinterlassen zu haben, was die Sache natürlich mehr als skeptisch machte. 1931 kam dann der Professor für englische Sprache an der Universität von Chicago und Kryptoanalytiker im militärischen Nachrichtendienst der USA, John Matthew Manley, und er analysierte das Vorgehen von William Romain Newboldt und stellte eine vernichtende Kritik fest, die Unregelmäßigkeiten der Tinte seien materialbedingt, um mit den Auftragen und Abblättern der Tinte beim Schreiben zu erklären. Zudem zeigte er auf, dass eine Wiederherstellung des Textes mit der angewandten Dechiffrierungsmethode nur dann möglich sei, wenn bereits bekannt sei, welcher Text am Ende herauskommen soll. Sie war also mal kurz gesagt massiv subjektiv und man konnte entziffern, was man wollte. Und damit war es halt nicht haltbar. 1943 kam dann der Anwalt Joseph Martin Feeley und ihm lag nur die Seite 78R vor, dennoch versuchte er sich an Dechiffrierung mittels Alphabetsubstitution und ging vom Lateinischen aus. Er räumte jedoch ein, dass die Worte vor der Schiffrierung verkürzt worden seien, was ein Maß der Willkür zur Folge hatte. Der Schlüsseltext ergab keinen Sinn, was jedoch bezüglich der damaligen Zeit zugrunde liegenden Hermetik das ist ein schwerer Begriff, das ist so die christliche Art damals zu reden in einer Symbolsprache mit Abwandlungen und grammatisch nicht immer der richtigen Reihenfolge. Das ist keine schöne Sache, aber das gab es damals und deswegen wäre das noch tolerabel gewesen. Da jedoch seine Methode auf anderen Seiten versagte, ist sie als falsch einzustufen. Man hat halt nur die eine Seite mit dieser Methode einigermaßen, wenn auch sinnfrei, übersetzen können. 1944 kam der Botaniker der Katholischen Universität von Amerika, Hugh O'Neill, und er versuchte die Pflanzen zu bestimmen und deutete eine als Sonnenblume und die andere als Spanscher Pfeffer. Und meine Anmerkung dazu, wie ich schon vorhin sagte, die wichtigen Merkmale zur Identifizierung fehlen und können nur mit Fantasie vorgenommen werden, was der Bestimmung auch einen rein subjektiven Charakter verleiht, allerdings bei der Sonnenblume könnte ich mich jetzt wie gesagt mittlerweile darauf einigen, wenn man sagt, dass die quasi vor der Vertrocknung stand, aber man trotz allem die Blätter drangelassen hat, dann würde das so aussehen, also quasi kurz vor der Ernte. 1944 kam der Kryptologe und Leiter des Signals Intelligence Service der USA, das ist der Vorläufer der NSE gewesen, William Friedman, und der versuchte sich an der Deschiffrierung mit einer Gruppe und Lochkarten, später auch mit einem PC. Das hat er sehr lange gemacht und hatte zwei Gruppen gehabt, mit der zwei durfte er aber gar nicht mehr richtig forschen. Er hatte auch keinen Erfolg, postulierte aber, es handelt sich bei dem Woynich-Manuskript um den Versuch der Etablierung einer universellen Sprache des A-Priori-Typs. Das bedeutet, es ist nicht an der natürlichen Sprache angelegt, sondern logisch-philosophischen Prinzipien folgend. Es hat also folglich Merkmale an der natürlichen Sprache, ist aber nie der Schiff hierbar ohne den entsprechenden Schlüssel. 1970 kam der Bachelor of Arts in Romanistik und Diplom vergleichende Sprachwissenschaften sowie Leiter der Naval Security Group Prescott Courier und er erkannte, dass das Woynich-Manuskript zwei Schreit- und Sprachstile hat. Und somit zwei verschiedene Autoren es geschrieben haben müssen. Was interessant ist, das war mir nämlich auch nicht aufgefallen. 1976 kam die Kryptoanalytikerin und Beraterin der NSA, Meri di Imperio, und sie beschrieb Ähnlichkeiten zwischen den Woynich-Zeichen und einigen im Mittelalter- und Renaissance-gebräuchlichen lateinischen Kürzeln. Das haben so ein paar einige festgestellt. 1978 kam der Professor für Philosophie des Mittelalters an der Yale-Universität Robert S. Brumboe, der natürlich perfekte Gelegenheit dazu hatte, denn Yale hatte zu dem Zeitpunkt das Manuskript und konnte es sich genau anschauen. Und da er in den Zeichen eine Ähnlichkeit von Ziffern aus altertümischer Zeit sah, stellt er die These auf, dass die Zeichen dezimale Ziffern seien, denen mehrere Buchstaben des lateinischen Alphabetes zugewiesen sind. Das Problem ist, seine Übersetzung ergab keinen Sinn. Und das Problem, das viel, viel schlimmer ist, es war massiv subjektiv, das ist sehr mehrdeutig. Wenn er sagt, jedes Zeichen kann mehrere Buchstaben bedeuten, dann könnt ihr relativ viele Kombinationen erfinden und irgendwelche Worte generieren. 2003 kam jemand mit einem Abschluss in französischer Linguistik sowie der Doktor der Psychologie, und zwar von der Reading University Gordon Rook. Und er erstellte eine Tabelle, ich zitiere das tatsächlich mal, weil ich es besser nicht formulieren könnte, als es schon ist, er erstellte eine Tabelle mit zufälligen Zeichenkombinationen, die dann als Vor-, Mittel- oder Nachsilben neuer Wörter dienten. Über diese Tabelle schob er einen sogenannten Kartengitter, eine Schablone mit drei Fenstern, wie sie im 16. Jahrhundert zur Verschlüsselung von Texten verwendet wurde. Die Zeichenfolgen, die jeweils in den drei Fenstern dann erschienen, wurden transkribiert und eine dreihissilbige, unverständliche Sprache entstand, die große Ähnlichkeit mit den Texts des Voronisch-Manuskripts aufwies. Er hat daraus dann gedeutet, dass das Manuskript ein mittelalterlicher Schabernack ohne Sinn und voller Wirken geschwafelt sei. Und eine Anmerkung meinerseits dazu, wie ich schon am Anfang sagte, die verwendeten Materialien waren sehr, sehr teuer und das Schreiben und Zeichnen des Manuskriptes war zeitlich sehr aufwendig. Zudem wurde die Verschlüsselung mit dem Kartengitter offiziell erst im 16. Jahrhundert, also mindestens 100 Jahre später, entwickelt. Das widerspricht der Schabernack-These in mehreren Punkten. 2006 kam der Bachelor of Science Mathe und Philosophie sowie Programmierer Nick Pelling. Er deutete die Darstellung, besonders das ausgelibare Rosettenfoto, als aus Mailand stammt und vermutete daher als Autor den Architekten Antonio Averlino, der auf Fila Rete genannt wurde. 2007 kam der österreichische Physiker Andreas Schinner und auch er vertritt nach Analyse des Dokuments die Meinung, dass es nur ein Schabernack ist, da er unnatürliche Reihenfolgen von Worten im Text erkannte, die für natürliche Sprachen wie Lateinisch oder Frühneuhochdeutsch unüblich sind. 2013 hatte das dann Diego R. Amancio widerlegt, dazu komme ich später, denn vorher kam 2012 der Deutschinformatiker von der Ruhr-Universität Bochum, Jürgen Hermes. Der arbeitete immer noch dran und auch noch heute, soweit ich weiß. Er hat vermutet, dass das Manuskript mit einer ähnlichen Methode wie die P3-Methode verschlüsselt wurde. Und da ich die nicht kenne, habe ich das mal zitiert. Bei dieser Verschlüsselungsart wird ein Codbuch erstellt, welches aus Listen besteht. In diesen Listen steht ein Fantasiewort bestehend aus Wortstammen und Endungen für je ein Buchstaben im Klartext. Ändert sich das Suffix, handelt es sich um einen anderen Buchstaben. Eine Textentschlüsselung dieser Schiffrierungsart ist allerdings ohne das dazugehörige Codbuch kaum möglich. Er hat dann selbst ein Codbuch angelegt und hat das versucht, aber da kam nichts Vernünftiges bei raus, deswegen habe ich da jetzt auch nicht besonders viel Augenblick drauf gelegt. Ja, 2013 kam der Physiker der Universität von Sao Paulo, Diego R. Amancio, mit seinem Team und der überprüfte mit seinem Team die Details von dem Andreas Schinner, der sagte, das ist alles nur ein Scherz, und kam zu dem Ergebnis, dass dieser falsch lag. Seine Überprüfung kam zu dem gegenteiligen Ergebnis. Der Text des Woynich-Manuskripts folgt dem Aufbau der Texte von natürlichen Sprachen und ist inkompatibel mit Zufallstexten. Also er hat genau das Gegenteil postuliert. 2013 auch kam dann noch Marcelo Montemoro von der Universität von Manchester und dem Jan Zanet, Centro Atomico Bariloche e Instituto Barzero. Keine Ahnung, ob ich das richtig gesprochen habe. Sie fanden so manche Muster im Text, also logische Worte- bzw. Buchstabenreihenfolgen, und gehen daher davon aus, dass es sich um eine echte Geheimschrift handelt. 2013 kam auch noch der Botaniker Arthur Tucker und der Botaniker Rexford Talbert, und sie versuchten ebenfalls die Pflanzen zu bestimmen und stellten fest, dass 32 der abgebildeten Pflanzen mittelamerikanischer Herkunft seien. Die eine, wo ich vorhin sagte, dass die Blätter nicht auf Alternand sind, sondern sich dann umdrehen, wäre so eine. Daraus schlossen sie, dass das Manuskript in einer mittelamerikanischen Sprache geschrieben sei, die eventuell ausgestorben ist. Das Problem ist, das ist sehr unwahrscheinlich. Das würde nämlich bedeuten, das ist das einzige Relikt mit dieser Sprache, was irgendwelche Ereignisse überlebt hat, und das ist eher unwahrscheinlich. Man müsste noch wenigstens andere Steine etc. finden, wo irgendwie diese Schrift zu erkennen wäre. 2016 hat Andronik Aramovich Artyniv von der Russischen Akademie der Wissenschaften mit seiner Gruppe eine Analyse durchgeführt, und die ergab, dass Vokale und Leerzeichen entfernt wurden und 30% des Textes Deutsch oder Dänisch und 70% Latein oder Spanisch seien. Anmerkung dazu, die These bezüglich des Weglassen der Vokale und Leerzeichen ist sehr widersprüchlich, denn viele Untersuchungen zeigten ja auch, dass es Buchstabenverteilung gibt, die nur bei hoher Verwendung wie Vokal möglich ist. Da ca. ein Drittel aller Buchstaben Vokale sind, wird ein Weglassen bedeuten, dass nur zwei Drittel der Buchstaben übrig sind, und damit wären die Worte 50%, also die echten Worte, dann 50% länger, was insgesamt nicht mehr den Zipfchen gesetzt und damit einer nicht-natürlichen Sprache entspräche. Das Weglassen von Leerzeichen erscheint ebenso widersinnig, da der Text ja Leerzeichen enthält. Warum hat man also irgendwelche Leerzeichen weglassen und woanders welche eingefügt? Wollte man es noch mehr dechiffrieren? Dass man die Worte quasi falsch zusammengesetzt hat, sozusagen, das ergibt auch nicht wirklich viel Sinn, weil es ist so schon unlesbar. Im Jahre 2016 kam dann der Professor für Computerlinguistik der Universität von Alberta, Craig Contrake, und er versuchte eine Dechiffrierung mittels Computern, denn seiner Meinung nach muss es sich bei der natürlichen Sprache um Hebräisch handeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch beim Video nochmal zurückspringen und zählen, wie viele Sprachen wir mittlerweile haben. Das wäre mal interessant, ich hatte aber jetzt noch nicht die Lust gehabt, das zu machen. Aber er meinte halt, es ist Hebräisch und meinte auch, die Wörter müssten Anagramme darstellen, bei denen die Vokale weggelassen wurden. Experten für mittelalterliche Manuskripte waren von seinem Ergebnis nicht mehr annähernd überzeugt und vor allem deswegen nicht, weil eine Reihenübersetzung kein Ergebnis brachte und erst mit manuellen Korrektoren ein Satz entstand, der halbwegs Sinn ergab. 2018 kam der Forschungsassistent im Bereich Biologie der Universität Bristol, Gerard Cheshire, und er betrachtete die Karten des Manuskripts und konnte einen Vulkanausbruch erkennen. Und zur Zeit, wo das Manuskript entstand, war nur ein Vulkanausbruch bekannt, und zwar 1444 auf der Insel Vulcanello, nördlich von Sizilien. Erhand dieses Faktes ordnete er die anderen drei Inseln zu, Lipari, Ischia und Castello Aragonese, und vermutete, das Manuskript muss in der Nähe entstanden sein. Er vermutete weiter, dass die natürliche Sprache die protoromanische Sprache sei, welche eine Übergangssprache halt zwischen Bulgar-Latein, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch ist. 2014 kam dann Thorsten Tim, zu denen habe ich nicht viele Fakten gefunden, aber ich zitiere mal, was geschrieben wurde. Aufgrund der Korrelation von Worthäufigkeit, Wortähnlichkeit und Wortposition geht Tim davon aus, dass der Text des Wollnischmanuskripts während des Schreibens aus sich selbst erzeugt wurde und folglich bedeutungslos sei. Auch, dass es kaum Korrekturen gibt und der Text immer fast perfekt in den Platz am Zeilenende passt, wird er dadurch erklärt. Der Schreiber oder die Schreiberin habe je als ein Wort in einer Zeile darüber vielfach der Einfachheit halber von oberhalb der aktuellen Schreibposition ausgewählt und nach bestimmten Regeln zu ihren Hand spontaner persönlicher Vorlieben und dem vorhandenen Platz zu einem neuen Wort abgewandelt. Möglich sei es zum Beispiel gewesen, ein oder mehrere Glyphen durch graphämisch ähnliche zwei Sätzen ein Präfix anzufügen oder zu entfernen oder zwei Quellwörter zu konkatenieren. Zusammen mit Andreas Schinner präsentierte Tim ein Algorithmus, der Texte mit diesem Vorgehen erzeugen kann. Zur Beprüfung der Validät der Selbstzitierungshypothese vergleichen sie so erzeugte Textproben mit dem Wollnischmanuskript und stellten fest, dass alle statistischen Merkmale gut übereinstimmten. Hier haben wir sogar eine App dazu geschrieben. Das Problem ist, das stimmt zwar sehr gut überein, aber es ist dennoch sehr subjektiv. Wenn man das gelb geschrieben nochmal liest, bedeutet das eigentlich, man kann beliebige Worte aus einer beliebigen Zeile idealerweise von der darüber wählen, wenn es nicht passt, einen Präfix oder einen Suffix ändern und auch nach Vorliebe abwandeln. Das heißt eigentlich, ich kann jedes Wort nehmen, jede Endung beliebig ändern, jeden Anfang beliebig ändern, und das Zwischen auch beliebig ändern. Das macht die Sache sehr subjektiv, da komme ich immer zum Ziel. Und nach dieser Methode könnte der Text halt, übersetzt ja, wie man Lust hätte, mit dem Ziel, das man möchte. Zunehmend zeigte ein Experiment von der Professorin für Linguistik der Yale-Universität, Claire Boner, dass auch mit der Absicht, Unsinn zu erzeugen, Realität einfließt und es bei einer Großmenge Texts, und es reichen ja schon 100 Worte, zur Wiederholung kommt, die Regeln folgen und somit nachvollziehbar sind. Das heißt, es ist schlichtweg unmöglich, absichtlich Unsinn zu erzeugen. Sie hat eine Gruppe von 40 Studenten gehabt, die bewusst Schwachsinn schreiben sollten, mit dem Ziel, dass das niemand lesen konnte. Und sie hat es dann halt ausgewählt, festgestellt, es gab dann immer wieder Wiederholungen und es hatte alles einen phonetischen Klang und folgte auch den entsprechenden sprachlichen Gesetzen. Das heißt, absichtlicher Unsinn ist quasi unmöglich. Es muss es ein Muster geben. 2020 kam der deutsche Professor, Doktor, Philologe und Ägyptologe Rainer Hanning, das ist jetzt auch das Letzte, und er analysierte das Manuskript und stellte fest, dass es sich um spätmittelalterliches Hebräisch handeln könnte. Er argumentierte, dass die meisten Wörter drei Konsonanten aufweisen, erfolgt von einem Vokal. Dies ist typisch für eine semitische Schrift. Zudem waren im europäischen Mittelalter die Sprachen Arabisch, Aramäisch und Hebräisch unter Gelehrten üblich und gebräuchlich. Ich zitiere hier mal wieder. Sechs Kalkenzeichen der Schrift identifizierte er mit den hebräischen Begat Gefadlauten, BGDKPT, das sind die, die ihm am Ende stehen. Eine der ersten Übersetzungsversuche von Hanning liefert eine Krankengeschichte. Und die habe ich hier dann auch mal abgetippt, beziehungsweise abgedruckt, sage ich mal. Hier seht ihr den Link zum Aufsatz, aber den packst du auch in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch selbst sein Werk anschauen, denn er hat Haufen Weiß übersetzt. Oben seht ihr das Wollnische Alphabet, also das, was in der Wollnischsprache geschrieben ist, und seine Übersetzung. Stöhnte Ackersmann über Zeiten, der bequem saß im Dorf, aß er eine Suppe. Er wurde krank, nachdem er die Verdauung beendet hat. Die Leute des Wehklagens, heile, heile, und auch, ich lasse das in Klammern weg, weil das halt seine Vermutungen sind, und auch Opfern. Er suchte auf einen Hakim, Lügnerischen, der Irrte, in seinen Krankheiten. Und wenn die Furcht begann zu zittern, mit dem Feind auf den Fersen, ängstlich verschlosser Gemach, haust für auch. Ablisha. Wobei man sagt, das Ablisha ist anscheinend, wer das geschrieben hat. Vielleicht ist das auch eine Art Zitat. Ja, auf jeden Fall, das ist eine seiner Übersetzungen. Und wie ich schon sagte, in dem Aussatz hat er versucht, viele Passagen zu übersetzen. Das hier ist wahrscheinlich die mit den wenigsten Ergänzungen. Und ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Aber ich habe mal einen größeren hinaus zitiert, der in der Fachwelt ein bisschen untergegangen ist. Sicherlich. Nimm fairer ist der Zwilling. Genug Saft in der Spitze. Trink vorsichtig. Das ist wie das liefert Geist. Wird kommen Saft mit Wiederholung. Saft ermöglicht Sprechen Prophezeiung. Wir rebellieren in Gegenwart von Propheten. Alles, was in Griechisch darüber ist, Schweigen ohne Sprechen. Bimnisch sprechen. Saft sprach Grabe doch. Gesprochen in Arabisch. Also diese Übersetzung, wie ihr seht, ist natürlich nicht perfekt. Aber er hat verschiedene Absätze, verschiedenen Seiten in den Schlüssel gefunden. Und das, was rauskommt, ist zwar grammatikalischer Horror. Aber es ist das erste Mal, dass jemand es geschafft hat, verschiedene Absätze zu übersetzen. Und dabei nicht absoluter Kauderwelsch rauskam. Wie gesagt, es ist grammatisch vielleicht Horror. Aber man kann hier schon was erkennen. Das erste ist ein Mann, der krank wurde, zum Arzt geht, der ihm dann auch versucht, abzuzocken. Und ja, ihm konnte nicht geholfen werden. Und hier sieht es aus wie ein Ritual, wo jemand damals, wie man das auch vermutet hat, ja in Delphi ein Getränk bekam. Ich sage mal eine Droge. Die Halluzinationen verursacht hat und dann Prophezeiungen gemacht hat. Das ist also durchaus sehr plausibel. Und es könnte durchaus sein, dass das jetzt wirklich die Lösung vom Manuskript ist. Natürlich braucht er noch Zeit, das zu bearbeiten. 2021 ist jetzt noch nicht lange her. Wir haben 2022. Aber ich glaube, er ist auf der richtigen Spur. Und ja, vielleicht kriegen wir in den nächsten Jahren dann mal eine komplette Übersetzung. Wissen endlich, was das ist. Und ich hoffe, es war für euch interessant, auch wenn das mal eine komplett andere Untersuchung war, die halt wirklich am Schreibtisch komplett stattgefunden hat. Und mich würde eure Meinung interessieren und ob ihr auch glaubt, ob er auf der richtigen Spur ist. Ansonsten sage ich, habt viel Spaß, macht's gut, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder und tschüss.